so leute und damit ein herzliches willkommen zurück zu pokémon weiß in der randomizer nasslock challenge im letzten part hatten wir leichte tonprobleme aber gott sei dank ist der ton in den passagen weggegangen wo es nicht ganz so wichtig war aber ich hoffe das passiert nicht noch mal so schnell und im heutigen part wollen wir jetzt wirklich in die arena also gehen wir einfach direkt rein mit wem lieben wir denn ich denke im nächsten part werde ich dann auch meine und wie gefällt dir stratus tägliche sind so viele leute da schlaucht es schon überhaupt zur arena zu kommen daher will ich dir das hier überreichen ein tafel wasser wundervoll in dieser arena ist das mit wenden zu tun bekommen die du durchschreiten kannst auf den ersten blick scheinen sie und durchdringbar doch gibt die mühe und du wirst es schon schaffen und wenn es mal nicht weiter geht tritt einfach auf die schalter am boden und ich denke im nächsten part werden wir auch unser team mal so weit es geht entwickeln einiges muss ja oft machen weil es teilweise mit tauschen und sowas zu tun hat und ja das ist nicht ganz so einfach in dieser version die ich spiele von daher werde ich das oft bin teilweise da machen die kämpfe die in der arena von strada city ausgetragen werden sind so schön dass man sie schon fast als kunst bezeichnen kann ist das kunst oder kann das weg er das kann weg aber mal gucken aber mal schauen was er mit entgegenzusetzen hat der gute alle caspar filippo ein trago so ein trago so zwei trago sie kann trago so denn was dass mir wehtun könnte und was steigt überhaupt der spitzangriff dann sollten wir es doch mit züchstrahl versuchen würde ich sagen ich denke das ist dann die kleber drüber war jetzt gar nicht so unwesentlich ok aber zwei psych-trailer und es ist kutschikado und da war ein dick da was dick da schnell aber kann dick da was intensität ziehen ok ok war nicht ganz dramatisch ich dachte die motion durch ok nevermind 4 aber ich hatte echt angst von erzählen oder aber selbst mit 10 das hätte keiner überlebt sorry verlieren mit stil auch das ist kunst erzählen hätte keiner überlebt von daher wäre es egal gewesen so heilen wir mal ein bisschen ein tafel wasser können wir gleich mal einsetzen ja bitteschön bitteschön porygon ich denke jetzt lassen wir auch namakama kämpfen damit auch noch auf level 22 kommt ich denke das ist eine sinnvolle die sinnvolle wahl da kommen wir noch nicht durch ist mir bewusst das geräusch was die tore machen ist echt eklig ist echt ziemlich eklig aber egal aber egal so da dieser schalter hier mir doch sehr verdächtig ist würde ich sagen ein trainer kommt raus du tritt doch den schalter und wer erscheint ich und deshalb musst du nicht kämpfen na ok 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 wenn du das so willst dann kämpfen dann kämpfen wir hat in jacobi oder jacobi wie auch immer wie auch immer du uns gesprochen wirst der fußkick wird wahrscheinlich nicht ganz viel machen ich probiere es mal mit dem steinwurf ob der mehr macht als der fußkick keine schrei kannst du ich machen sollte nicht eigentlich relativ wenig angieren aber der steinwurf macht guten schaden das ist in ordnung bloß der steinwurf trifft wahrscheinlich nicht immer es ist so die andere seite der medaille ihr liebt silber macht das was mit dem keine schreie ne ne eigentlich nicht ihn sollte speziell angreifen denn überhaupt und nicht physisch ja ist ok ist ok ja schaden ist jetzt nichts was mich großartig trifft muss jetzt nur noch mal treffen muss jetzt nur noch mal treffen am aka bitte natürlich triffst du nicht noch mal was frage ich überhaupt was sage ich hier überhaupt als ob es noch mal treffen würde steinwurf halten gesteins attacken ganz ganz schreckliche ganz ganz schreckliche option in diesem spiel oder allgemein im pokémon spielen gesteins attacken sind immer eine schreckliche wahlzahl verteidigung steigt dann sollten wir ihn vielleicht doch mit dem teckel angreifen auch wenn natürlich der spezial angriff jetzt geschrieben ist aber wir sollten dann doch mit normalen angriff angreifen wenn er sich hier schon wusste um zu verlieren hatte ich mich ja und ganz bestimmt nicht versteckt ach so na dann er sich versteckt verliert seinen kampfgeist ach so und deswegen hast du dich da unten versteckt oder nicht ich verstehe nicht so ganz was du mir sagen willst damit aber ok so eine heilung von namaka spielen das ist erstmal richtig wichtig und richtig und dann machen wir hier mal auf machen wir mal hier auf und wahrscheinlich auf der anderen seite kommen wir dann ja wahrscheinlich hier rein ja und das geht auch noch auf zusätzlich okidoki okidoki dann denke ich wird da der schalter sein für den für die tür hinter der sich der arenaleiter versteckt nehme ich mal sehr safe an ich denke da über dieser blauen treppe da wird sich der arenaleiter wohl gut und gerne mal verstecken möglicherweise würde ich jetzt einfach mal so behaupten würde ich einfach mal so in den raum stellen aber mal sehen vielleicht irre ich mich ja auch aber nein das ist schon sehr offensichtlich und dieser schalter hier wird wieder ein trainer beherbergen weil der zu nichts anderem führt juhu danke dass du mich aus weinversteck geholt hast als dankeschön lasse ich dich die attack meines pokémon spüren ok 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 danke 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 oder bitte 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 je nachdem was auch immer du meinst das patore torischer lamann einmal holo mach holo ist natürlich nicht geeignet für namaka das ist mir dann doch ein bisschen zu heikel das muss nicht sein dies muss wirklich nicht sein miranda hingegen dort können wir machen fußtritt das sollte mir relativ wenig das sollte mich relativ wenig dankieren oder miranda besser gesagt ja imid in nicht sinkt aber wenn das eh scheiße langsam von daher egal von daher auch egal ne maximal egal dann auch noch mal imid senken ist egal wie gesagt ist wirklich scheißegal an der stelle mal gesagt und namaka erreicht auch level 22 und er lernt rückentzug das brauchen wir wirklich nicht ich will jetzt eigentlich kein pokémon auswechseln lassen oder so dein unbeugsamer kampfgeist hat mich nie kniegezwungen oder legendäre wanderpokémon will ich auch nicht fangen wirst du nicht auf diesen scheiter gestiegen wäre ich ewig versteckt geblieben auch du armer tropf du armer tropf war da eigentlich dass ich dann auf diesen scheiter geklangen bin naja und das sollte jetzt die letzten schalter und aktivieren so schaut es nämlich aus wundervoll wundervoll ganz ganz wundervoll na gut ich denke vor dem arenaleiter gehen wir nochmal heilen aber ich bin mir nicht sicher auf wen packen wir denn mal an die spitze miranda weil miranda ist angeschlagen und falls da was kommt dann wollen wir nicht rein wechseln in miranda ne und alle anderen können wir vielleicht noch rein wechseln finde ich das nicht auch wundersam dass diese arena so unfassbar faszinierend birgt und ja ich wusste dass da ein trainer ist als ich jetzt hier jemanden frage wel 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 was macht der da aber ja der war abzusehen jorkleff kann jorkleff bis kann das sagt mir ja wir werden da hoffentlich gleich bodycheck falls der biss kann möchte ich nicht drin bleiben falls der biss kann möchte ich nicht da drin bleiben muss ich ganz ehrlich gestehen muss nicht sein kraftschub kraft schub will ich nicht angriff und spezialangriff steigen eklig muss schnell weg muss schnell weg das ding also mache deine steinwürfe und trifft bitte auch dankeschön einmal hat getroffen und der hat biss und ich hab noch überlegen Gott sei dank dass ich nicht drin geblieben bin aber jorkleff ist nun weg und noch mal holen noch einmal holen dann müssen wir doch wieder zum revender wechseln das können wir vergessen das können wir vergessen lass mal lieber lassen gut ist in ordnung so und jetzt sie strahlen sie strahlen wir ihnen zu tode wunderbar wunderbar sehr schön ein starker trainer wie du folgt auf gegner auf jeden fall irgendwas auch immer was auch immer nicht und den letzten schalter bitte so und wir gehen erstmal heilen und eventuell verteidigt mal items vielleicht verteidigt mal Sinebeeren ist vielleicht gar nicht die verkehrteste Wahl Sinebeeren mal zu verteilen ich meine wir haben sie ja von daher wer noch keiner hat der kriegt jetzt eine hat sich dann auch erledigt erst mal wieder raus hier kommen und dann und dann geht's arti in den kragen aber ich finde die arena interessant aufgebaut das passt halt zum käfertypen aber irgendwie passt die nicht so zu arti der ja so ein bisschen kunst ich meine die ist schon künstlerisch die arena aber halt irgendwie hätte ich mir dann noch mehr galerie gewünscht oder so so ein bisschen weißt du also so ein bisschen wie das museum halt hätte davor vielleicht eine galerie oder das in der galerie einzubasteln und nicht halt die arena einfach straight zu machen und so ich meine ist auch mal eine nette sache aber ich weiß dass ich die vierte arena die rayono city arena die mochte ich in ich glaube aber in schwarz-weiß 2 erst so richtig ich glaube in schwarz-weiß 1 hat das hat sie eigentlich das coolere rätsel oder das bessere konzept aber in schwarz-weiß 2 passt es besser zu der arena leiterin an sich wir hatten ja schon mal vorhin glaube ich was von einem model gehört und tatsächlich ist das dann die vierte arena leiterin sofern eben noch im sinne und ich glaube in schwarz-weiß 2 ist das wie so ein laufsteg aufgebaut was ganz cool ist was halt wirklich ganz cool ist aber naja so ja gut jetzt hör doch mal wenn du auf diesen scheiter tritt trau ich wirklich nur nicht auf sorry sorry ich wollte doch nicht da wieder drauf treten aber ist okay aber ist okay so hallo arti mit wem lieben fangen wir mit somniam an vielleicht gar nicht so verkehrt vielleicht gar nicht so verkehrt zum kümmern was einschleppern also dann meine kiefer pokémon möchten unbedingt gegen deine pokémon antreten kommen wir gleich zur sache kämpfen wir wenigstens ohne langes geschnackern gegen arti gut wir haben ja auch vorher ein bisschen vorgeplänkig gehabt was ich aber gut finde denn in schwarz-weiß 2 oder schwarz-weiß ist das erste mal dass die arena leiter wirklich zur geltung auch außerhalb der kämpfe kommen elekid hat er irgendwas was mir gefährlich werden könnte fuß kick jetzt mal mit einer hintenhose einfach mal probieren wenn es nicht klappt dann klappt zeitlich schockfälle macht jetzt auch gar nicht so viel schaden das ist in ordnung das ist ziemlich in ordnung die strahlt ruf würde ich einfach mal sagen einfach mal am züchtrat ruf und ruf ballern ja ist ok klickt der knapp zum schaden das kannst du wurde gedrückt ist okayer schaden und wir sollten dann lieber seine top genesung bei elekid spielen sagen wir mal was wir gut händeln können als bei irgendwas anderem weil wir machen jetzt einfach ja ne wir machen Psystrahl wir machen doch nochmal Psystrahl ich hätte jetzt auch moonshine klicken können aber ne ne wir wollen damage verteilen er ist aufgewacht und moonshine hätte sich halt noch nicht gelohnt tatsächlich jetzt könnten wir drüber nachdenken wo die siegelbeere auch mal getriggert hat ob wir das mal machen spielen wir mal moonshine und er setzt nämlich auch über trank ein deswegen dachte ich mir machen wir einfach mal so ne spielen wir mal moonshine damit wir das auch mal sehen die animation davon wenn wir ihn nochmal einschläfern wir probieren so einfach nochmal oder es wäre natürlich immer so ne so ne sache mit der trefferquote aber volltreffer einfach einfach ein volltreffer ich glaube es hackt aber so sind seine Supertränke wenigstens weg das ist natürlich auch viel wert und wir können ja nochmal moonshine spielen wir können ja einfach nochmal moonshine spielen ich meine der macht uns schon ein bisschen Ärger aber jetzt nicht so dass ich sagen müsste oh 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 ich habe Angst aber ein bisschen Ärger macht er doch er auch direkt auf ich glaube es hackt ich glaube es hackt jetzt mach mal ein Crit hier also nicht du nicht du Elicit ich ich will ein Crit haben ja ist ok bitte nochmal halt ok er ist verwirrt das ist gut das ist ziemlich gut da können wir jetzt auf jeden Fall straight moonshine spielen kommt durch Kacke wer macht Crit du dumme Pottsau ach man es kotzt mich einfach nur an es kotzt mich einfach nur an es kotzt mich einfach nur an jedes mal die gleiche scheiße natürlich ist er nicht mehr verwirrt warum auch warum sollte er auch noch verwirrt sein verstehe ich nicht warum alles sollte ne naja Elicit ist weg Remorite ok da können wir rein theoretisch mal mit Megasauger arbeiten Zielschuss macht das irgendwas nö oder macht das irgendwas mit mir ich glaube eher weniger wir können uns gut hochheilen und wir können uns gut hochheilen das ist äh ist ja gar nicht mal so verkehr ne auch Zielschuss nicht irgendwie noch eine andere Attacke irgendwas habe ich da bekommen auch Zielschuss nicht noch die äh zusätzliche Attacke irgendwie die dann oder sorgt das nur für höhere Volltreffer ach keine Ahnung ist mir auch egal Remorite sollte futsch sein ach trotzdem ärgerlich dass Somnian gestorben ist ey man man jedes Mal stirbt irgendwas nur gut aber am nächsten Tag haben wir dann ein entwickeltes Team sag ich meine sag bloß ich stehe kurz vor dem K.O. ach was noch ist nicht vorbei also falls jetzt nicht noch einer stirbt kann Alavis was ist die Frage kann der mir irgendwas antun was mir weh tut ja das tat schon weh ja das tat schon weh und das tut ihm ja gar nichts warum tut ihm das nichts ich setz noch einmal Megasauge ein und dann muss ich wechseln dann muss ich wechseln dann muss ich wechseln toll 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 Wahnsinn danke für nischt Spezialangriffstall okay Psystrahl okay er sagt nur ein Kreideschrei eng sitzt das macht ja gar nischt das macht ja gar nischt das macht ja gar nischt der Flinkklaue triggert wenigstens immerhin aber wir könnten ihn schaffen okay ich überlebe auch ein Crit und die Flinkklaue triggert Gott sei dank alter das ist ein scheiß Alavis mir so viele Probleme bereiten würde hätte ich nicht erwartet Magnetflug was soll ich denn damit haben wir das Schild bei 5 Runden durch elektrisch erzeugt Magnetismus ja hätte ich jetzt eine Bodenspeche okay aber mhm ne seh ich nicht nein ich er kann mit der Attacken behalten wieder Magnetflug nicht erlernen ach das ist schon wieder scheiße schon wieder 2 verloren huch ist der Kampfer schon vorbei ach man also was ich habe klappt verloren also du bist echt ein starker Trainer schau diesen Orden bekommst du jetzt weil du mich besiegt hast das heißt ich muss auf jeden Fall gleich unseren Encounter für die nächste Route noch fangen damit ich den auch gleich trainieren kann oh ist das mies ist das dämlich und mies der Floor helpt von Arti den Käferohren der Käferohren macht ganz schön was her oder jetzt drei Orden erlangt hast gehorchen dir Pokémons Level 40 und bevor ich es vergesse das gebe ich dir ebenfalls Käfer trotts wuuu bringt mir so viel der Käfer trotts schwächt zusätzlich ein spezial angasswertes geschädigten Gegners außer ich vermeintlichen Nichtigkeiten sind von Bedeutung oh kotze ich kotze Somniam und Schnuthelm ey und ich wollte beide Somniam wollte ich noch nicht entwickeln aber Schnuthelm wollte ich eigentlich entwickeln aber im nächsten Part haben auf jeden Fall Porygon 2 damit könnt ihr festrechnen damit könnt ihr festrechnen wenn der Visukausta klingelt die Minifu sagt hier Hallo sag mal wo bist du denn gerade kann ich dich vielleicht um einen Kampf gegen mich bitten wie ihr habt mir ein Spezialtraining verpasst und ich fühle mich ein klein wenig stärker ich sollte mittlerweile genug gelernt haben um meine Pokémon vor Gefahren zu bewahren am besten treffen wir uns einfach am Tor zu Route 4 in Ordnung das war es erstmal von meiner Seite bis gleich das heißt ich kann nicht mal unseren Encounter für Route 4 fallen na das ist ja herrlich na das ist ja herrlich oh ich kotze im Strahl ey ich kotze euch die Wude voll naja gut dann heißt es im nächsten Part wohl mit zwei Pokémon gegen äh ja ne ihr wisst schon Jim Bell geil geil freu ich mich freu ich mich richtig Porygon immerhin noch und Namaka aber ich entwickle beide kannst du vergessen dass ich das so antrete kannst du vergessen dass ich das so antrete ach man ich kotze am Dreieck so und Schnudhelm ach man wenigstens sind sie gegen Arenaleiter gefallen bisher ist fast alles gegen Arenaleiter gefallen oder außer außer makaber ja ja gut gut dann sehen wir uns im nächsten Part wahrscheinlich mit Porygon 2 und Morgelbaum wieder also dann hoffe ich natürlich dass euch dieser Part gefallen hat wenn sie es würde ich bisher über ein Däumchen nach oben freuen einen Kommentar ist ebenso gern gesehen und um nichts mehr zu verpassen abonniert den Kanal und eignet die Videoglocke bis dann Tschüssikowski euer FlassTV Bye Bye